Alter aus dem Freitraum! Raus aus den Duschen! Raus aus den Duschen! Raus! Raus! Nein! Wie komm ich raus? Scheiße! Ach was! Ich bin Browser! What the fuck man! Scheiße! Alter, wer schießt da? Ich kann mich auch verguckt haben! Ich und Browser sind drin! Ja, wir beide fracken! Alter, ich hol euch da raus! Alter, alles wie mit's Dunkeln! Mal 70 Leben, Alter! Alter! Alter, ich hab' die größte Browser! Koex, ich krieg' die Rückendeckung! Ja, mach' mal! Oh! Das war ja schon knapp! Der andere! Heuer! Boah! 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 Super Matthias! Boah! 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 jetzt nur gehört vielleicht bist du ja also deswegen kann ich meine eigene mich an ich schieße den kopf weg mann wir waren das noch nicht messer das tut Ich bin echt auf meine Tastikon, komm schieß' mich mal an. Der Drachenloch ist um die Ecken geflogen und hat mich auch... Der Drachenloch ist um die Ecken geflogen und hat mich auch... Der Lügenlochen, dem ist nicht zu spaßen, ne? Der scheißt dir die Brügel raus. Der scheißt dir die Brügel raus. Boah, ich glaube Robert hat zerlegt. Ich wollte nur wer es war. Ich nicht, weil ich war ja neben dir. Ja, das stimmt. Und du warst es logischerweise auch nicht. Da ist er noch im Truck. Im Truck ist er mal einer. Wer ist im Truck? Wer ist im Truck? Ich bin im Truck. Na, Trailer oder was? Ne. Ich habe mich hier vor der Drachenlochbombe versteckt. Wenn hier einer reinkommt, ist er tot und zeig's dir. Warte, ich geh doch nicht rein! Ja, zieh ab, Alter. Scheiße. Ja geil, also ich weiß jetzt nicht wer es war, aber irgendwer hat mir hier eine Wassermelone vor den Ausgang gelegt. Verdammt, aber eh nur Scheiße. Haha, was? Warum tut mir leid? Ich dachte jetzt echt die Wärste drehen. Fuck. Echt unlucky. Oh! Oh na, was geht ja? Da will ich mal ganz kurz gucken gehen und dann wirst du gleich eingeschossen. Das Gazi ist da noch. Alter da oben! Ich treffe ihn einfach nicht, Mann! Haha, du hast es gesehen, Alter, wie oft ich da neben mir schossen hab. Haha, zu sehen, Alter. Ausgabe, das Ding ist so. Alter! Yo, Alter, es kann nicht! Oh nein! Just do it! Fuck! Du hast die ganze Zeit mit deinem Kopf drüber geguckt, warum ich hab gedacht, ach komm, spielst du mit dem? Du hast ein Save. Ey, und dann treff ich dich nicht. Ich hab dich schon wieder getrusted, ich Idiot. Bist du noch in den Truck drinnen? Ich schlag. Schieß drauf, Alter. Oh, ist ja entstanden. Du musst so schnell noch sein. Nein, das klappt nicht. Oh, fuck! Ey, was? Du hast gerade eine Piste auf oben geschossen, Mann. Echt jetzt? Oh, sorry. Reicht. Reicht. Ich hab auch nur einmal geschossen. Ist das dein Ernst? Komm her! Kaki, was? Ich war es nicht. Alter, WT, was macht jemand? Ich hab damit nichts zu tun. Da möchte ich, hallo, das kann mir nicht ernährt werden. Moin. Moin. Du distanzierst dich von der Straftat. Hallo. Bauen wir jetzt in, oder was? Eine große Pommes, bitte. Hallo, Klappesau. Äh, Stasi? Ja. Also ich hab gerade heute auch die Kuh gekillt. Das heißt, du bist es. Ja, Mann, Alter. Ich war... Mann. Hast du echt überlippt, Junge? Alter, ich hab... Na klar, ich bin direkt gerannt. Du hast drei Schuze überlebt. Du hast drei Schuze überlebt. Was hat er verdient, der Sohn? Jo, Mann, ich glaub, ich mach heuer jetzt einmal weg, so aus Prinzip. Weiß nicht. Machst du öfter, oder? Nee. Mach doch mal, schieß. Robo! Alter! Ja, klar, ihr... Fuck! Reicht gut. Du hast auf mich geschossen, hab ich zurückgeschossen. Du bist zu behindert, ich hab neben dich geschossen. Ich hab den Menschen gekriegt, Junge. Deswegen hab ich auf dich geschossen. Von mir! Alter, Junge, diese fünf Sekunden, die zwischen dem Damage kriegen und meinem Schuss dienen. Die müssten dir doch was sagen. Das war keine fünf Sekunden. Nee, das war aber locker viel zu viel für meinen Schuss. Alter! Alter! Da draußen. Kodex hat geschossen. Alter, what? Ich bin eh... Ich bin eh... Ich bin eh... Was? Mega geil, Alter! Ich leg Robert um und keinen interessiert's! Ja, reicht. Drehe das hier um, Alter! Drehe das hier um, Alter! Jetzt hast du hier auf einmal ruhe drehen. 100% Robert. Oh, okay. Robert hat einen Thomas in der Hand. Schieß mal! Nein! 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 Oh, warte! Wie geil! Was geht denn gerade ab, Alter? Was geht denn gerade ab, Alter? What the fuck? Ist gerade etwas, Alter? Ist gerade etwas. Scheiße. Ich habe keinen, aber ist gerade... Das ist... Getreut wird nicht. Was machen Sie das jetzt? Bitte, Leute! das war der beste moment aller zeiten ich schieße den thriller an ihm vorbei und er fängt an auf rober zu schießen was fängt denn der an zu tanzen das ist doch nicht normal ok leute ihr dreck schwein beste entscheidung heute ttc zu spielen ohne scheiß die kommt man eigentlich aufs dach auf der rechner zweit noch geplant was als der tot oder oder tot alter ihr seid richtig Okay, ich bin tot. Was? Hab ich dich mit der Drachenlordbombe gekillt, Marco? Ja, ich hab dich. Ich hab mich selber auch mit der Drachenlordbombe gekillt. Damit geh, Alter. Ja, ja. Oh, sorry, 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 sorry! Hinter die Hände! Was? Was? Ah, fuck, Alter! Ich hab keine Money mehr, Torben, sag ich schon. Juni, ich hab keine Kante, Alter. Ich komm rein, Alter! Jo, warte mal, bleib mal stehen! Für mich hat einer mit der Gifgarn angeschossen. Es ist Wasser gewesen. Sicher? Ist okay. Wir sehen uns später. Boah, Alter, Ühe, krass! Oh, ich sterb auch, fuck. Alter, Norm! Ja, lebt Kosex noch? Da ist einer gestorben. Ich glaub, er ist abgeschossen worden. Alles klar, von dir, Euer. Ja, Alter, der war Ühe's damage dann, aber ich hab gedacht, ach, jetzt probierst du es einfach mal. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter, Mann? Das war vielleicht ein random kill, ich geb's zu! Ein bisschen! Aber ich kann ein bisschen zügig halten, tut mir leid. Bittchen! Mein Leben ist alles noch. Bruder, mein Paul, ich. Und kleb mir so close, das Ohne am Leben bräuchle. Nice. Äh, das ist klar, sind wir dich wollen, oder? Hinter dich. Was? Oh! Ja, alles klar, Markus, jetzt. Alter, du sprichst hinter Markus. Überhaupt dich einfach! Ja, gut. Jo! Hallo, die Woche! Bei, auf, auf Markus. Ja, zum Schlimmfall, verkackt, Alter. Ich bin der Mann, Mann! Das ist der ganz normale Scheiße, ich hab letztendlich geschossen. Alter! différents. Oh. Oh. Fuck. Du bist nur bei jeder. Du bist tot, ja? Markus? Jekai! Jek... Jekai... 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 Ich bin nicht so frei. Ich hab ihn nicht gehofft. Ich hab ihn nicht gehofft.